Das ist aus reinem Kaltfleisch und Satzstoff ohne Geschmacksverstärker. Pures Kaltfleisch im Handelgelegt, siehst du ja. Beste geladen. Und davon gehen zwei Stück am Tag weg oder was? Ja, zwei, drei. Keine Ahnung, wie die weggehen. Wenn ein Geschäft gut läuft, wenn die Leute gönnen, kommen die alle. Wie meine Hater sagen, nichts los. Er ist alles alleine. In meinem Bauch alles. Nur ich esse.